Es wird immer unheimlicher und gruseliger. Von einem schönen, ruhigen Nachmittag, würde ich sagen, sind wir schon abends dabei. Und wir haben jetzt ja auch schon bei diesem Bild hier, wo vorher nur dieser linke Streifen war, schon zwei andere. Wahrscheinlich auch noch, erinnert sich die Alte dann irgendwie noch an ihre Enkel oder keine Ahnung. Mal gucken, was hier noch kommt. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Angst im Dunkeln und Jani ja anscheinend auch. Da brauche ich nicht mehr hochgehen, da weiß ich schon, dass ich, ich habe da ja nicht alle, aber ich muss ja hier zur Tür rein. Dann da hoch und, oh, hier kann man ja auch noch auf den Stuhl, vielleicht muss ich da noch irgendwas machen. Ich denke, umsonst hier wahrscheinlich eine Möglichkeit sein, auf den Stuhl zu gehen. Das ist ein Telefon und hier ist noch ein Bild, aber das Bild ist noch nicht erreichbar. Das letzte Blatt, das klingt ja verdammt nach einem allerletzten Rätsel. Oh, vielleicht kann ich die Lampe anmachen, wenn ich mich da dran äumel. Das war ja von hier aus. Ah! Yeah! Jetzt ist es wenigstens auch schön hell hier und ich kann wieder was sehen. So, das hatten wir ja, nee, Rost hatten wir noch nicht. Wir hatten Wintersonne auch noch nicht, aber das wäre das nächste, denke ich mal. Da habe ich ja genau einen übersehen. Das heißt, ich habe ihn ja nicht mal übersehen. Ich weiß ja, wo er ist, aber ich kam nicht dran. Da muss ich offscreen nochmal gucken, ob ich das machen möchte. Wintersonne und Rost sind noch bevor, vor dem letzten. Wahrscheinlich sind es die drei letzten Runden hier. Das ist typisch Skandinavisches eher, ne? Also, danke für den kleinen Schluck. Ach, guck mal! Jetzt sieht er fast aus wie der finnische Weihnachtsmann. Ich bin eigentlich nur zurückgegangen, weil ich dachte, dass irgendwas dort hinten schon sein wird. Und weil man diesen schönen Effekt hier, wie bei Batman auch, im Schnee hat. Das ist ja auch nicht schlecht. Man kann hier eine schöne große Kugel aufrollen. Die man auch braucht, um hier weiterzukommen. Am Anfang ist es ja noch nicht ganz so schwer herauszufinden, wo es weitergeht. Ach, das sieht ja auch total großartig aus. Ist da rechts ein Stein im Wasser oder ist das ein Gegenstand? Ich werde aber jetzt ein Stein, ne? Ich werde ja erstmal ertrinken, um das herauszufinden. Das ist ein Stein. Und ich lebe noch. Ich lebe noch. Komm schon. Komm schon! Ja, jetzt zieh dich da hoch und fertig. So, gut gemacht. Man kann hier gar nicht genau erkennen, zumindest ich nicht, wie mit wem Oma jetzt hier gerade Schlitten, äh, Schlittschu, nein, Skifährt. Ich hoffe, das löst sich am Ende noch aus. Auf, aus. Oh, jetzt habe ich was verpasst, ne? Jetzt hätte ich wahrscheinlich irgendwo hier weggeschleudert werden müssen. Ich glaube, das war wieder ein Bug. Oder? Weil ich habe ja eigentlich nichts falsch gemacht. Ja, siehst du? Ich muss ja überhaupt nicht, äh, zurückgehen. Ich kann das auch hier rüber erreichen. Wahrscheinlich ist da oben noch irgendein Top Secret Stuff. Oh, dann wird der Kacke gezeigt. Oh, dann wird der Kacke gezeigt. Ich kann nicht mehr weitergehen. Ich bin ausgelaugt. Ich bin hinüber. Oh, dann wird der Kacke gezeigt. Boom. Kann das sein, dass ich den Stein da unten vielleicht brauche? Wenn ich rechts weitergehen würde. Aber ich möchte nicht weitergehen. Ich möchte eigentlich gerne da oben. Aber ich glaube, dafür habe ich nicht genug Garn. Ich kann da quasi Garn nicht hin. Lustig. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich kann ja auch hier jetzt nicht weiter rumtun. Hätte ich das hier vielleicht doch besser machen sollen mit dem Sprung-Effekt. Oder kann ich vielleicht sogar noch hier unten mit der Kugel hier was anrichten? Nein, hier kann ich nicht mehr zurück. Ich habe Garn. Da muss es doch jetzt klappen, oder? Wir sind hier wieder frisch vom Fröhlich-Frei. Ich glaube, da unten in der Hülle musste man auch nur das Garn holen und kann dann jetzt gleich hier einfach weitergehen. Wow. Zählfix! Zählfix! Ich habe das Gefühl, ich war was ganz Heißem auf der Spur. Nach oben wäre es wahrscheinlich weitergegangen vom Level her, aber nach unten könnte da noch irgendein Gegenstand sein, den ich gerne hätte. rein, nur um einfach allen Freunden zu erzählen, man hat es geschafft, komplett das Spiel durchzuspielen. Was hat das da oben? Ach, nichts, da war ich ja schon. Da ist es doch. Schau an! Unter dem kleinen Schneeberg war es versteckt. Das Gegenständle. Ach, komm schon. Ehrlich wahr. Das hätte nicht sein müssen, dass man da noch so genutzt wird. Ah, da geht es wieder nicht weiter. Ach, komm schon. Das schwingt da sich einfach durch und jetzt muss ich hier darum bitten, dass es mal weiter geht. Natürlich. Das kommt ja auf jeden Pixel an. Ich dachte, er wird jetzt selbst zum Schneeball. Das ist ja so, So langsam brauche ich wieder ein bisschen Garn. 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 So. 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 So geht es doch. Wahrscheinlich wäre da vorhin auch mal irgendwann durch diese ganze Sprungscheiße sowas gewesen. Obwohl ja da kam ich ja noch selber durch den eigenen Antrieb hin. Halt! Jetzt geht es anscheinend doch mal in einer Höhle weiter. Oh. So. 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 So ist es noch relativ sagen wir mal machbar. So. 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 Ist doch noch was. Ich kann es doch riechen. Womit ich jetzt hier? Ach, ist das alles drum, echt? Ja, aufgeschissen! Macht doch einfach, was ihr wollt. Er springt nicht hoch genug. Natürlich. So geht's. So läuft es doch. Das hat ja eben wie am Schnürchen funktioniert und jetzt funktioniert gar nichts mehr. Oh, da ist gerade ein Licht angegangen, glaube ich. Nein! Das war ein bisschen wie bei Ori, was eigentlich, finde ich, im Vergleich hierzu vom Spielspaß her das bessere Spiel ist. Aber die Optik hier ist natürlich auch überragend und Ah, ich habe hier ein bisschen Schnee runtergeworfen. Aber ich kann noch nach hier oben hochgehen, anscheinend. Und wenn ich hier nur einen Gegenstand finde, um so eine Eiskugel, Schneekugel zu bekommen. Das kommt auch... Nicht schon wieder! Na, vielleicht ist es ja auch nichts gewesen. Ich weiß es nicht. Vielleicht schon. Wahrscheinlich schon. Ich gerate immer wieder in diese Stolperfalle. Ach, so eine Scheiße. Habe ich hier halt einfach gar keinen geheimen Gegenstand gefunden. Auch nicht schlecht. Was ist denn jetzt schon wieder? Ein Bohrer! Was wird denn hier? Ah, wird da Eisfischen betrieben, wahrscheinlich. Aha, was kann ich da machen? Das Loch zumachen. Boah, dann können auch die Eisfischer gar nicht mehr Eisfischen. It's not a bug, it's a feature. So. So. Ein bisschen schaut es ja so aus, als wäre das der Eisklumpen. Nein! Nein, nein! Oh, ich lebe noch, ich lebe noch. Der eigentlich hier reingehört. Und dann vielleicht dann endlich die... Ja, ich denke, ich muss wahrscheinlich... Ah, erstmal hier den nochmal rausziehen. Und dann kann ich die Schneekugel da auch rüber transportieren. Knack! So! Da sind nochmal ein paar schöne Rätsel hier. Jeder Casual-Gamer könnte sie lösen. Och, ich will da eine Tape. Genau. So! der anscheinend eine art erinnerung eingesammelt ja um und 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 so und jetzt was muss ich jetzt machen muss ich hier vielleicht irgendwie wieder mal eine art verbindung schaffen und da oben ist ein dingen und dann vielleicht ein eis das schneeball in den topf hinein werfen kann ich ja wahrscheinlich zwischen diesen beiden punkten hier schon mal hoch rollen komme ich dann oben auch an das dingen dran dann habe ich ja wenigstens nur noch eins vergeigt ach komm schon was ist denn jetzt wieder los warum klappt das denn jetzt wieder nicht wer muss doch da hoch oder muss doch in die kanne so jetzt doch alles fein sauberlich aufgeribbelt worden so muss es doch klappen man muss es halt punktgenau richtig machen sonst geht es nicht das ist ein programmiertechnisches meisterwerk ja super jetzt kann ich da unten was macht er nicht einfach weiterlaufen von alleine hat da schon sich überlegt dieses gerät einzusammeln komme ich also den letzten geheimen gegenstand auch nicht was ist das ein stern wieder mal war ein geheimer gegenstand zum greifen nahm so dann bis bald gelungen 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 sehr